Hamburg, St. Pauli, Herbertstraße, mitten auf der sündigsten Meile der Welt. Einer der Schauplätze des internationalen Films Sarah. Soll ich dich ein Stück mitnehmen? Nein, danke. Ich nehme ein Taxi. Wenn ich nicht schon in dich verliebt wäre, würde ich mich jetzt neu in dich verlieben. Was macht eine Frau wie sie hier? Weißt du, dass ich deinetwegen immer noch viele schlaflose Nächte verbringe? Sarah, ein ungewöhnlicher Film über eine ungewöhnliche Frau. In der Rolle der Sarah, die Australierin Jane Murray. Sarah, ein ungewöhnlicher, ein provozierender Film. Ah, jetzt kommen wir der Sacke schon näher. Sex ist für dich nichts weiter als eine gastliche Krankheit. Habe ich weg? Soll ich dich erst wieder rausschmeißen? Wenn du Geld brauchst für einen goldenen Schuss, dann stell dich an die Hafenmauer. Wenn du nichts sofort loslässt, dann ruf ich die Polizei. Warum heiratest du nicht wieder mal? Von mir aus können wir alles machen, was du willst. Jetzt hat die sich schon wieder eingekrallt. Was die bloß an der Finden, die hat doch Ahnung, was wir hier nicht haben. Übrigens, weißt du, was ein englischer Kritiker über deine Lieblingskomponistin gesagt hat? Um Wagen zu singen, braucht man nur ein paar große Schuhe. Sieh dich aus. Sarah, ein Film, der schockiert. Ein Film, der viele Fragen stellt. Ein Film, der wie kein anderer unter die Haut geht. Sarah, demnächst im Kino.